ademax deutschland hier andreas joachim mein name wir machen video und zwar das sind spälle 484 80 spälle haben wir schon gesagt leuchteweg 13 sind wir auch da sind wir was wir heute machen weil wir auch noch nicht ganz aber wir fahren dieses kfz wer die anderen videos nicht sieht man man guckt ja nicht viele videos bei uns wir sind ja im aufbau influenza zu werden zu influenzen eigentlich nur um unser nebenunternehmen vorzustellen aber ist auch egal wir fahren dieses kfz mit dieser verlierung bei dieser halle von dieses auto haben die gleichen verlierungen fast verrückt seit gestern vorgestern vorgestern und gestern dachzelt von die folien techniker grüße an chucky gehen raus ich steige an ich steige an dann gehen wir nach hinten und hören uns an wie die scheiße klingt dürfen wir das wieder sagen wir wissen es nicht aber kommen wir erst mal näher ran ich muss dir noch ein zeigen das ist glaube ich ich glaube schickt mir fotos wenn das habt wenn es irgendeiner guckt gelbe corvette z06 c7 seht ihr das siehst du das weißt du was das ist wie nennt man das ein duftbaum duft corvette ist eine gelbe z06 c7 duftbaum jetzt kommt die geschichte clickbait sein vater dieser duftbaum corvette wie du auch es immer nennen mögst riecht erstens nach banane aber das ist nicht die geschichte das ist ja nicht clickbait der ist von jp performance jp performance schon pierre cremer am start weil diesen buff duftbaum gibt es nur duft corvette ist auch scheiß egal gibt es nur wegen dieser c7 z06 wegen dieser nicht wegen der wegen dieser und warum weil das dieser ist meiner das erste mal wo jp eine c7 z06 gefahren ist und in den video beschlossen hat sich eine zu kaufen und dann kann der duftbaum geschichte sein vater aber nur in deutschland im ausland interessiert kein schwein hier interessiert es auch kein ich fand es nur cool ich bin beeindruckt ich fand selber cool und ich wollte es auch immer mal erzählen ist eine geile geschichte bringt mir nichts außer dass ich der einzige auf dem corvette treffen war 70 jahre corvette letztens aber hast du gemerkt habe ich gemerkt in dijon habe ich gesagt da wo der senf herkommt aber nicht mehr weil die nach kanada verkauft haben und da keine sein fabrik mehr haben das heißt der dijon senf kommt aus kanada haben wir heute was gelernt dieses auto hat diesen duftbaum nur weil dieses auto existiert sonst gibt es diesen duftbaum nicht dijon selbst kommt aus kanada haben da nur noch verkaufsbüros keine fabrik mehr jetzt haben wir das gelernt haben es immer noch nicht gehört kriegt bei thama auch unter platziert aber das alles nur zu sagen das ist cool finde und der einzige war mit darf ich nicht sagen da müssen wir der fine sein vater machen diese komplett hat diesen duftbaum ich war alleine unter hunderten oder tausenden corvettes in dijon bei den 70er jahre treffen der corvette duftbaum hat und dann noch nicht selber sich den gemacht das geht ja heutzutage auch besonders gekauft und das nur weil es dieses auto gibt verflixte axt ganz schön viel gesprochen für so ein duftbaum naja verlierung kommt auch von chucky unter chucky findet ihr nicht die folien technik her obwohl alleine ist de alter da kommt eine wärme raus hast du sauna bestellt was soll ich t shirt ausziehen hätte ich früher gemacht hätte ich früher gemacht heute müsst das in die kommentare schreiben nur für die die das wollen weil es gibt so ein punkt da läuft nicht mehr rum draußen ohne t shirt außer wenn dir einer sagt mach es weil das will keiner sehen außer einige aber scheißegal wir schmeißen das ding jetzt an ich steige ein und wer ist denn hier mit gefahren ist der ist der wagner mit gefahren oder alter ist der klein dass es gibt ja memory sitze hat er ja auch die leute die den fahren und die sitze verstellen warum von aussteigen drücken die nicht die 1 wasser muss ja einfach sein scheiß egal das darf man bis gleich so jetzt haben wir den den bums hier einmal nach vorne dann stellen wir den von tesla und dann gucken wir mal was hier für bilder rauskommen so steht da steht da also das auto ne das auto sonst pass ich hier nicht mehr raus wenn er wirklich steht wenn er versteht was ich meine aber das ist schon wieder zu sexuell hier also dann ist auch ein sexy so ein sexy auto so ein halber tanklaster oder halb wie nennt man das halb suv oder ich weiß es auch nicht ich weiß es nicht sieht auf jeden fall so aus wie so ein halb suv was sagt er denn habe ich den gut eingepackt ohne einpack hilfe da geht da sieht aber fast so aus also wenn die sich so treffen würden als wenn der der tesla oben drüber schießt der settler wir haben eben die geschichte von den duftbaum erzählt die duftkorbett die da drin hängt die kennen sie nicht ne 1 1 1 view haben wir sicher ein view haben wir sicher kann ich jetzt nicht erzählen die geschichte war lang genug aber ein haben sie schon abonniert den kanal geliked glocke gesetzt auch geteilt so daumen nach oben abonnieren glocke setzen habe ich noch nie gesagt einmal habe ich schon gesagt hat aber nichts gebracht wir haben heute schon gesagt wenn ich zehn abonnenten haben höre ich auf außer ich habe über 10.000 weiter also zwischen zehn und sind wer macht ihr geräusche er hier so auf jeden fall sieht so aus dach zählt model y delta pro die lähte in der sonne damit verdienen wir geld wir verdienen ja kein geld in dem aber autos fahren leider nicht korbett z06 c7 für die die es nicht wissen c8 steht in spanien muss auch mal sagen irgendwann ich weiß diese videos guckt keiner aber irgendwann wenn ihr bock habt den ganzen fuhrpark zu sehen abonnieren wie macht man abonnieren so machen wir noch mal also wir lassen es drin aber wir machen wir mal glocke abonnieren daumen nach oben so machen wir das habt ihr verstanden zwischen zehn und zehntausend dürfen wir nicht haben dann höre ich auf ich gebe euch bis 20 47 also nicht uhrzeit jahre ja ich muss den fans der zeit geben zu abonnieren verstehen wir probieren mal was ich weiß aber nicht ob es klappt weil dann braucht der herr settler das video nicht gucken dann haben wir einen view weniger darling komm mal komm die ist heute nicht super schick gemacht die ist immer schick dürfen wir aber ihr nicht sagen sonst ist die beleidigt die passt super ins fachkonzept ja komm her komm her darling der herr settler he don't know the story about the duftbaum the duftbaum the duftbaum really he don't know the story he was telling the story to the ten abonnements what we have to the ten fans he don't know it he need to watch the video to know it or you want to tell him you want to tell the story no like this we have one one video die heute merkte farbe ich alle farben amazon link hauen wir nicht in die video beschreibung ich glaube nicht dass es das auf amazon gibt kriegen wir keine viel jetzt link kriegen wir nicht hin auto auto ein bisschen gegensatz null zylinder für die leute die sich nicht mit auto sei doch mal leise gibt es denn sowas keine zylinder null ne kennst du ne acht zylinder null kubik 6200 kubik ps keine ahnung elektrisch beschleunigt aber ist lange 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 aber nur bei gas geben wir sind jetzt gefahren ne jetzt machen wir nur ein auto video ja weil produktvideos klappen nicht aber ich habe ecoflo mit reingenommen ich habe ecoflo mit reingenommen zeig noch mal ecoflo lädt hier mit 137 watt noch in der abendsonne mit den solarpanels könnt ihr kaufen www.ademax.de delta pro solarpanel gut so jetzt weiter zum auto ja geht gleich los wir müssen gleich bier trinken woher ja wo geht es hin aldi rewe lidl ne die anderen haben nicht bezahlt für das video die kommen nicht mit rein ja wir können ja hier nicht jeden gratis mit rein nehmen ne oder bezahlt was wollte ich sagen wo waren wir short range aber das was ich sagen wollte die läuft ja weg sie antwortet ja nicht ist wir sind ja diese runde gefahren dijon barcelona zurück haben wir da was gepostet ne ne haben wir was gepostet aber auf jeden fall sind wir die runde gefahren keine ahnung 3000 kilometer aus dem arm geschüttet irgendwie sowas 3 3 5 9,5 liter auf 100 kilometer ok also long range gegen long range ja du fährst 63 liter tank ich habe sogar mal mit 65 65 getankt liegt die vermutung nahe dass ich mich höre und dass er einen 65 liter tank hat müsste nachgucken nach denen müsste nachgucken aber auf jeden fall kommst du dann 600 kilometer mit und kofferraum hat er hat er hat er komm zeig mal einmal dann mach mal schluss oder ist auch scheiße hier weil frau musst du weg und wenn frau weg muss wisst ihr alle müssen wir auch weg da läuft die kummer da mit welches mit welchen auto fahrt ihr mit welchen auto fahrt ihr mit dem den kleinen 7 oder was naja muss wissen machen ist ist hybrid umwelt kreta guck mal kofferraum 500 liter das guckt sowieso keiner zu sonst kommen die sind nur 470 oder sowas irgendwas zwischen 0 und 800 liter hat der kofferraum ja da machen wir keinen fehler ja hier immer ein handtuch dabei wenn man weint und sowas für mich ja genau das habe ich nie für kabel auch das ist von eco flow zum eco flow kannst du auch über 12 volt laden jetzt mal wieder verstehst du aber wieder produkte mit drin was die frau will genau machen wir wieder zu das ding dann haben wir viel geredet für nix aber wir kennen die geschichte vom duftbaum die kennt mich der settler nicht wenn ihr die geschichte auch wissen wollt was eine riesen clickbait ist aber wir schreiben es nicht mit rein wir schreiben es höchstens in die video beschreibung aber nicht aber nicht hier so groß titel schaumpers crema duftbaum durch ademax corvette oder so wäre geil oder wäre geil machen wir aber nicht weil vor allen dingen jp mich auch überhaupt nicht kennt wir haben wir da einmal so wie jeder idiot aber da wusste ich es nicht das war vor seinen videos wo er gesagt hat keine fotos habe ich natürlich ein foto gemacht mit meiner frau und ihm er hat aber nur auf meine frau geguckt nein spaß hört auf aber was habe ich gesagt habe ich auch ein foto gemacht haben wir ein bisschen gesprochen schnack schnack aus die maus deswegen benutzen wir das nicht das war nur für die geschichte weil sie sich gerade so ergeben hat ja also kaufen dachzelte kaufen powerbanks batterie dingster bumster gedöns stromaggregate gute laune was verkaufen wir noch ne menge ne menge baumaschinen sollen sie selber gucken vorbeikommen flur förder maschinen ja alles was er haben wollt wie ich immer gesagt habe was mein slogan ist ademax hat's ja brauchst du was wir haben's wenn du verstehst tschau tschau